Hallo und herzlich willkommen beim Channel von Eiffel Herbs. I feel Herbs. Der phänologische Kalender, nicht vier Jahreszeiten, sondern zehn. Im Unterschied zu den astronomischen oder kalendarischen Jahreszeiten liegen die des phänologischen Kalenders nicht auf den Tag genau fest. Vielmehr sind sie abhängig von den einsetzenden Entwicklungen in der Natur. Sie sind nicht auf fixe Anfangs- und Enddaten des meteorologischen Kalenders festgelegt. Die Phänologie unterscheidet zehn Jahreszeiten. Drei für den Frühling, drei für den Sommer und drei für den Herbst. Und natürlich eine für den Winter. Jeder phänologischen Jahreszeit sind sogenannte Zeigerpflanzen zugeordnet. Die lernst du im weiteren Verlauf zu jeder einzelnen Jahreszeit kennen. Diese Zeigerpflanzen weisen auf die entsprechende Jahreszeit hin. Die uns bekannten Jahreszeiten sind schon wirklich lange unberechenbar geworden. Denn aufgrund von Klimaänderungen und regionalen Unterschieden stimmen sie eigentlich immer gerade nicht. Man kann sich nicht mehr auf sie verlassen. So kann in Italien schon im Februar Vollfrühling sein, während in Norwegen im Februar an Frühling noch nicht mal zu denken ist. Früher haben die Leute die Natur immer sehr genau beobachtet, um rechtzeitig auch die Saat auszubringen oder den richtigen Zeitpunkt für die Ernte abzupassen. Ein Bauer früher wusste ganz genau, wenn die Forstütz hier blüht, dann muss ich aufs Feld. Der hat nicht gesagt, heute ist der 23.04., heute muss ich Kartoffeln sehen. Und schon daran sieht man, dass für den Bauern wichtiger war, wann welche Pflanzen blühen, als diese nach einem astronomischen Kalender zu beschreiben. Und das genau lernst du in meinem Kurs. Also nicht in meinem Kurs, auf diesem Channel. Die einzelnen Pflanzen kennenlernen und zu verstehen, wann was im Jahr passiert. Ich hoffe, ich kriege einen Daumen hoch von dir und ich hoffe noch viel mehr, dass du meinen Kanal abonnierst und dich einfach darauf freust, was in den nächsten Monaten hier so passieren wird. Bis bald. Ich freue mich auf dich.